Geile Genugtuung – befriedigend nasser Racheakt Carmens Art, sich am Arbeitsplatz in Strapsen und halterlosen Nylons zu kleiden, führt zu ihrer Kündigung. Höchst verärgert schmindet sie einen Racheplan. Sie will dem Chef in eines seiner Ausstellungsbetten pinkeln. Hierfür kommt der heimliche Sex mit dem Kollegen nach Feierabend wie gerufen, der mit einem heißen goldenen Schauer endet. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen